Was macht da unser Steve? Ne, 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 gut, dass es, gut, dass es noch so früh und es keiner im Haus ist. So, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bedwars. Ja, ich bin in der Wortproduktion, das heißt, ich muss vor, äh, drei Videos vorproduzieren und ich bin in der vierten Aufnahme, weil ich kein richtiges Team bekomme. Ich habe wieder Rocky 040815 und der Pixel-Virus. Rocky 040815 hat einen 390er-Pink, der wird es reißen. Ja, hi, baulieber, spiel einfach das Spiel, bevor du mich irgendwie anschreibst. Das ist nämlich richtig peinlich, dass ich mich von sowas anschreiben lasse. Meine Fresse, Alter, schon wieder keine guten Teams. Ja, Leck, das interessiert doch keinen. Du sollst einfach nur spielen, verdammte Scheiße. Kein interessiert das bei dir, Leck? Warum haben alle Glück mit, warum haben alle Glück mit Team-Aids, aber ich nicht? Ich habe immer diese Drecks-Team-Aids. Immer diese, diese Lecker, diese Leute, die nichts können. Ey, was kann ihr? Was kann ihr? Nichts kann er. Ey, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, Alter. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal, was man hier für Faggots trifft. Ich könnte Kurski spielen und würde jede Runde gewinnen, weil da nur Noobs drin sind. Meine Fresse. Den nicht, weil den kriegt er geschlagen, dass ein Paluten eine Brille auf hat. Meine Fresse. Also das ist auch schon ziemlich peinlich. Warte mal. Ich, ich, ich wette, was ich jetzt schaffe. Ich wette es. Ja, alles klar. Ich sag, ich sag, ich lass meinen Kommentar einfach komplett sein. Ich lass, nee, niemand schnappt mir das Bronze weg. Überhaupt keiner, weil ihr alle nichts könnt. Liegt doch einfach die Runde, dann bin ich besser dran, als wenn ihr mir die ganze Zeit zwischen irgendwelche Finger fummelt. Papier ist doch einfach aus der Runde. Mann, das ärgert mich richtig hart, dass ich dann wegen sowas meine Siegwahrscheinlichkeit, meine 70%ige Siegwahrscheinlichkeit verliere. 70%! Ja, sowas verliere ich durch so eine Spastis, Alter. Kommt her. Ey, Blau, was bringt es dir, mich da runter zu schubsen? Ohne Witz. Die haben nicht mal ansatzweise Logik in ihrem Gehirn. Komm. Ja. Komm. Nee. 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 Nicht von dem Alex. Er hat mich tötet. Mann, halt dein beschissenes Maul. Ey. Weißt du, manchmal finden die einfach ihre Maustaste nicht und dann fällt ihnen ein. Ach, Mensch. Ja. Ähm. Äh. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn all die Toastbrot IQ... Ach so, ja, schlagen. Stimmt ja. Ja. Was macht ihr hier? Oh nein. Oh nein, so eine Traurigkeit, Alter. Niemand kann hier was. Niemand kann hier was. Ich kann so machen und so machen und beide habe ich runter. Hallo, Rot. Denkst du, ich sehe dich nicht? Denkst du, ich sehe dich nicht? Okay. Also jetzt haben wir echt ein neues Niveau erreicht. Wenn du Hacker schreibst, dann banne ich dich instant. Ist mir egal. Ist mir egal. Und das dann irgendwie was... Ach, keine Ahnung, was das sein soll dann. Meine Fresse, Alter. So, einen habe ich runter. Meine Güte, Alter. Ey. Es bringt dir nichts zu lieben, außer, dass du 5 Minuten banne bekommst. Den Kill bekomme ich trotzdem. Das kapiert keiner. Na gut, ich meine, bei denen muss ich auch überhaupt nicht die Hoffnung haben, dass sie irgendwas verstehen. Denn wir haben einen Steve in der Runde. Und das Traurige ist, dass ich, wenn ich diese Runde gewinnen würde, dass ich dann denen hier auch noch einen Sieg spendiere. Sondern, dass ich denen dann auch noch einen Sieg gebe. Guck mal, der Blaue trifft nichts. Ich kann einfach zu dem Blauen hinlaufen. Und mich runterschießen lassen. Heul nicht. Ich hecke nicht. Nein. Ja. Wahrscheinlich wirst du... Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wer war es denn? Ariana? Ach, die Leckgeburt. Stimmt ja. Habe ich vergessen. Stimmt ja. Was macht denn unser Steve? Nee. 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 Gut, dass es... Gut, dass es noch so früh wird, dass keiner im Haus ist. Ich würde das ganze Hochhaus aufwecken. So laut schreie ich nun mal gerade. Das ist unnormal, wie scheiße hier jeder ist. So, dich boxe ich auch noch runter. Haust rein. Tschüss. Mann. Ja, hat das Spiel verlassen. Denn damit hätten wir dann den nächsten Kill auch. Also. Ich zimmere mir jetzt hier mal ein Dach auf. Und dann laufe ich hier hin. So, mal gucken. Ich habe 10 Eisen. Ich habe 14 Eisen einfach von ihnen eingesammelt. So. Jetzt habe ich das nächste Bett. Traurig. Traurig, 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 traurig. Ja, das ist... Mann, Steve. Lass mich doch in Ruhe. Bitte. Bitte lass mich doch einfach in Ruhe und lass uns die Runde gewinnen. Der Pixel-Virus. Ah. Nein. Bevor er das Eis bekommt, nehme ich das, Alter. Der Pixel-Virus. Ist euch aufgefallen, was ich in dieser Runde noch nicht einmal gemacht habe? Erstens mal leise reden. Das ist richtig. Und zweitens habe ich mich noch nicht einmal equippt. Der Pixel-Virus. Das ist meins. Dankeschön. Nicht mal mitfeilen. Ah. Ah. Wieso werde ich immer bestraft? Wieso denn? Ich bin ein guter Spieler. Ich werde... Nein. Ich bin ein guter Spieler. Der Kampfer ist jetzt auch noch in der Runde. Uiuiuiuiui. Ei, 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 ei. Und sobald er herkommt um den Nahkampf, was reisen will, wird er sterben. Ei, 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 ei. Also meine Fresse. Hier. Der Bogen. Unendlich, unendlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bau dich doch einfach runter. Tag ihn runter. Dann guck doch sowieso gerade nicht zu uns. So. So funktioniert das. Der hatte beste Rüstung. Der hatte zehn Jahre Zeit, sich zu equippen. Ich eine Minute. Mann. Mann. Jetzt haben die auch noch einen Bogen. Jetzt hat Mainz da einen Bogen. Mainz da. Der Palut mit der Brille. Ich jetzt. Jetzt ist genug. Jetzt ist genug. Jetzt ist irgendwo. Jetzt ist erreicht. Jetzt ist Penso erreicht, dass ich absolut sage. Ne. Jetzt ist der Boss-Termal auch noch da. Na super. Wird bestimmt was die Runde. Ne. Also wenn der Palut mich wegreißt, ne. Dann weiß er auch nicht. Ich zieh da mir mit einem Hit. Ich zieh da mir mit einem Hit mehr als Half-Life. Dann bin ich jetzt tot. Beim nächsten Schuss bin ich tot, wenn der voll durchgezogen ist. Ja gut. Unser Einer ist da hinten. Was macht der da hinten? Typisch Paluten. Typisch Paluten. Nö. Der Paluten ist tot. Der Paluten ist tot. Dann spammt der. Dann spammt der Minion auf mich? Spammt ernsthaft der Minion auf mich? Der Minion hat mich gespammt. Der Minion. Wird auch immer dreister, ne. So. Jetzt holen wir noch die Rüstung. Und da will ich einfach nur diesen Typen da zerficken. Ich wette, ich schaff's auch mit... Ich wette, ich schaff's auch mit zwei Herzen, den zu... Den zu töten. Ich will nicht zerficken sagen. Das klingt so blöd. Und so... So, so... Das klingt vor allem so abgehoben. Ich will nicht so abgehoben reden. Aber... Es... Puh. Man reißt ja nichts, wenn diese schlechten Teammates da sind. Habe ich doch gesagt. Ich hatte drei Herzen. So. Und die Runde verlasse ich jetzt instant, weil ich habe keine Lust darüber, was zu schreiben. Fünfer Karte hier erfahren. Okay. Ich habe theoretisch die Dreiviertelrunde zerfickt. Ja, okay. Dann würde ich sagen, haut da rein bis zum nächsten Video. Ich hoffe, das Gewakel war nicht wieder zu doll. Und... Ja. Dann würde ich sagen, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und lasst auf jeden Fall ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, dann würde ich sagen, haut da rein bis zum nächsten Video. Und... Kopf aufschone mich. Bitte, bitte. Ich muss noch zwei aufnehmen. Okay, haut rein bis zum nächsten Video. Und tschau. Okay. Bis zum nächsten Mal.